Liebe Brüder und Schwestern, Maria von Magdala ist schon eine ganz besondere Frau. Während Petrus und Johannes das Grab verlassen, nachdem sie es besichtigt hatten, blieb Maria von Magdala dort. Ja, warum blieb sie dort? Ja, weil sie eine so große Liebe, eine so große Sehnsucht hatte, Jesus zu sehen, ja wenigstens seinen toten Leib verehren zu können. Scheinbar das Letzte, was geblieben war, dieser gekreuzigte Leib, dieser gequälte Leib des Herrn. Aber nun ist auch dieser Leib verschwunden, nicht mehr zu finden. Und Maria von Magdala, sie ist verzweifelt, sie weiß eigentlich nicht mehr, was sie tun soll. Sie kann nur mehr weinen. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, wenn alle Hoffnungen zerbrechen, wenn nichts mehr gelingt, wenn scheinbar alles ausweglos, alles sinnlos ist, dass man nur mehr weinen kann, nichts mehr tun, sich nicht mehr helfen kann. Aber dann geschieht etwas sehr Unerwartetes. Zuerst die Engel im Grab. Frau, warum weinst du? Und dann begegnet sie Jesus selbst. Ja, diesem scheinbar Toten. Auf einmal ist er lebendig. Jesus, er ist nicht im Tod geblieben, er hat den Tod besiegt, auch für uns. Er ist glorreich auferstanden, er lebt. Und so wie Jesus, Maria von Magdala, begegnet, begegnet er auch uns. Ist er da, schon hier und jetzt? Er ist mitten unter uns, weil wir in seinem Namen versammelt sind, weil wir an ihn glauben, weil wir auf ihn getauft sind, weil wir jetzt schon Anteil erhalten haben an seinem göttlichen Leben. Und Jesus, er ist sehr behutsam, er geht sehr vorsichtig vor, denn er weiß, er könnte ja Maria von Magdala, wenn sie so plötzlich erkennt, dass er lebt, vor Schrecken sterben. Ganz vorsichtig spricht er sie an. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Zuerst begreift Maria von Magdala nicht, ja, wer ist das eigentlich, der sie da anredet, der Gärtner? Sie erkennt Jesus nicht. Jesus verbirgt seine Gestalt, ja, sein wahres Wesen sozusagen. Und er ist da, als er Maria von Magdala beim Namen nennt. Auf einmal geht ihr das Herz, die Augen auf, ja, es ist der Herr, es ist der Rabboni, es ist Jesus, der auferstanden ist. Er ist nicht im Tod geblieben, sein Leib ist nicht mehr starr, kalt, bewegungslos, er lebt. Und obwohl er ja ein ganz Mensch ist, so wie wir, ist er auch ganz Gott. Und dieser Leib, er ist ein Auferstehungsleib, er ist verwandelt, er ist derselbe Leib, es ist derselbe Körper, aber dennoch, er ist anders, er ist neu. Ja, es ist der Geist Gottes, der alles verwandelt. Es ist Gott selber, der alles neu schafft. Und Maria von Magdala, sie erkennt, sie glaubt und sie ist auf einmal von einer unaussprechlichen Freude erfüllt. Ja, Jesus, er möchte auch unsere Traurigkeit immer neu in Freude verwandeln. Er ruft jeden einzelnen Menschen beim Namen, er spricht uns an mit unserem Namen, denn er kennt uns. Und es heißt ja in der Schrift, du hast mein Inneres geschaffen, du hast mich gewoben, im Schoß meiner Mutter, heißt es im Psalm auch, deine Augen sahen, wie ich entstand. Gott kennt uns jeden Einzelnen vom ersten Augenblick unseres Daseins an. Schon im Mutterschoß sozusagen formte er uns, schaute er uns an mit dem Blick der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit. Ja, das menschliche Leben, es beginnt im Mutterschoß mit der Empfängnis. Da beginnt das Menschenleben. Da beginnt unsere Existenz. Deswegen müssen wir auch wirklich dieses ungeborene Leben im Mutterschoß schützen, verteidigen. Jesus, er ist unser Leben. Er ist unser Schöpfer. Der Vater hat uns geschaffen durch seinen Sohn, durch sein Wort, durch seinen Geist. Er kennt uns, er kennt uns durch und durch. Ja, und wenn er uns anspricht, dann wissen wir, ja, das ist unser wahrer Vater im Himmel, der unser Leben, unser Glück, unsere Freude und unser Heil will. Er hat uns geschaffen, geformt und er hat, wie es in der Schrift heißt, uns nicht deswegen ins Dasein gerufen, damit wir sterben, sondern damit wir leben in Ewigkeit. Wir sind für das ewige Leben bestimmt, für die ewige Freude. Ja, nehmen wir Jesus an, sein Wort, vertrauen wir ihm. Er hat auch für uns Hölle, Sünde und Tod besiegt. Er wäscht uns rein in seinem eigenen Blut. Das ist der Kaufpreis für unsere Erlösung. So viel sind wir Gott wert, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingibt. Jesus möchte für uns Auferstehung und Leben sein. Und so wie dieses Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt, scheinbar stirbt, ja, dieses Korn, dieses Samenkorn, das ein Bild ist für unsere irdische, zeitliche Existenz, wie dieses Samenkorn scheinbar zugrunde geht im Boden, in der Erde. Aber dennoch auf einmal etwas Wunderbares geschieht, eine Verwandlung der Samenkorn, das in die Erde gesät wird. Es keimt und wächst und bringt neues Leben hervor. So sollen auch wir, wenn wir sozusagen tot in die Erde fallen, hineingesät werden in das Erdreich, fest darauf vertrauen, dass der Herr auch unsere Existenz, unser Leben nicht zugrunde gehen lässt und dass er uns Verwandlung schenkt. Ja, wir werden verwandelt, wie der Apostel Paulus auch immer wieder betont. Verwandelt werden wir erneuert. Wir werden, obwohl wir dieselben Menschen, dieselben Personen sind, in einer neuen Existenz erhoben, ja, in die göttliche Herrlichkeit. Ja, so ist der Tod nicht das Letzte, sondern der Anfang eines neuen Lebens, einer neuen Existenz. Und der heilige Franziskus hat den Tod als seinen Bruder begrüßt. Sei gegrüßt, du Bruder Tod. Er hat fest geglaubt und vertraut, ja, dass dieser Tod Verwandlung bringt. Ja, die Tür ist zum Leben, die Tür letztlich zum Vater, die Jesus selber uns geöffnet hat. Ja, Jesus selber ist der Weg zum Vater, die Wahrheit und das Leben. So hat der Tod seinen Schrecken verloren, weil wir wissen, Gott ist in uns. Durch die Taufe hat er in uns Wohnung genommen und sein göttliches Leben in uns schenkt uns eine unzerstörbare Hoffnung, ja, eine Existenz, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Ja, vertrauen wir der rettenden Macht des Erlösers, unserem Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit auferstanden ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der uns immer wieder neu mit seinem Geist erfüllen möchte, mit diesem Geist, der lebendig macht und der schon jetzt uns führt und leitet mit Kraft und Gnade erfüllt, damit wir Zeugen sein können für den Herrn wie Maria von Magdala, für die Apostel, damit auch wir sagen können, ja, wir sind Jesus begegnet, er lebt, er ist auferstanden, er ist mitten unter uns. Amen. Amen.